In diesem Video geht es an die Umsetzung eurer eigenen Videoideen. Dazu haben wir einige Ratschläge für euch vorbereitet. Wir besprechen in diesem Video die Drehvorbereitung, den Videodreh, Techniktipps und die Nachbearbeitung. Am Anfang eures Videos steht die Vorbereitungsphase. Hier solltet ihr als ersten Schritt genau überlegen, welche Inhalte in eurem Video Platz finden und in welcher Machart ihr sie präsentieren wollt. Denkt dabei auch an unsere Tipps aus den Videos Was ist ein gutes Lernvideo und Arten von Videos. Für die Planung eures Videos haben wir ein Hilfsmittel ausgearbeitet, den Lernvideo Canvas. Ihr findet ihn im MOOC unter dem Video verlinkt. Auf dem Canvas seht ihr noch einmal übersichtlich, was es bei der Videoerstellung alles zu beachten gibt. Alle diese Punkte solltet ihr abarbeiten, bevor die Kamera läuft. Am Ende des Canvas seht ihr eine Vorlage für ein Drehbuch. Ein Drehbuch ist ein sehr wichtiges Werkzeug bei der Videogestaltung. Es gibt euch einen Leitfaden, an dem ihr euch bei der Videoproduktion immer orientieren könnt. Wir empfehlen die Erstellung eines Drehbuches dringend, egal für welche Videomachart ihr euch entscheidet. Ohne diese Orientierungshilfe kann so eine Produktion sonst schnell, unübersichtlich und chaotisch werden. Bei der Ausarbeitung eines Drehbuches könnt ihr selber immer wieder überprüfen, ob eure Inhalte übersichtlich und nachvollziehbar aufgebaut sind. Außerdem könnt ihr im Drehbuch planen, wie euer gesprochener Text mit den visuellen Inhalten eures Videos abgestimmt ist. Schreibt euch also unbedingt ein Drehbuch, auch wenn ihr sonst gerne direkt aus dem Stehgreif vortragt. Wenn ihr ungerne komplett vorbereitete Texte aufsagt, könnt ihr eure Drehbücher auch in Stichworten als Anhaltspunkte für einen spontaneren Vortrag ausarbeiten. Achtet aber auch hierbei darauf, dass die gesprochenen Inhalte mit den visuellen Inhalten gut abgestimmt sind. Wenn ihr beispielsweise Bilder zu Themen einblenden wollt, die ihr erklärt, müsst ihr lange genug etwas zu dem eingeblendeten Bild sagen, damit es nicht nur wenige Sekunden zu sehen ist. Nach der inhaltlichen Vorbereitung geht es an die Vorbereitung der Drehorte. Dieser Punkt ist natürlich nur dann relevant, wenn ihr mit realen Personen oder Gegenständen dreht. Überlegt euch für jede Szene, wo ihr drehen wollt, wie die Licht- und Geräuschverhältnisse dort sind und was für die Szene gebraucht wird. Wenn das Drehbuch fertig ist und alle Drehorte und Materialien vorbereitet wurden, müsst ihr euch noch um die Technik kümmern. Zuerst solltet ihr dafür abklären, was ihr alles an Ausrüstung brauchen werdet. Braucht ihr nur eine Kamera oder mehrere? Braucht ihr zusätzliche Lichter zur Ausleuchtung und habt ihr ein Mikrofon zur Verfügung? Ist vielleicht nur ein Computer mit dem richtigen Programm für die Animation notwendig? Alle Fragen dieser Art müsst ihr klären, bevor es mit dem Dreh losgehen kann. Sehen wir uns als nächstes an, was ihr für einen Videodreh technisch beachten solltet. Wir beginnen mit einem der wichtigsten Faktoren für technisch gelungene Videos. Dem Ton. Obwohl man bei Videos natürlich in erster Linie an das Bild denkt, ist es tatsächlich eher die Qualität der Tonaufnahme, die ausschlaggebend für die wahrgenommene Qualität eures Videos ist. Daher solltet ihr euch unbedingt überlegen, wie ihr den Ton für euer Video aufzeichnen wollt. Unabhängig davon, welches Gerät ihr für die Tonaufnahme verwendet, solltet ihr darauf achten, dass ihr in einer ruhigen Umgebung mit wenig Störgeräuschen aufnehmt. Am besten eignen sich für Tonaufnahmen kleine Räume mit wenigen oder gar keinen Fenstern, weil dort weniger Störgeräusche eindringen und kein Hall entstehen kann. Es eignen sich zum Beispiel auch Abstellkammern oder begehbare Kleiderschränke, wenn ihr nur Ton und kein Video aufnehmt. Ansonsten ist die Geräuschkulisse natürlich auch abhängig davon, welchen Stil ihr für euer Video gewählt habt und welche Geräuschatmosphäre entstehen soll. Wenn ihr wenig Budget und technische Ressourcen zur Verfügung habt, ist das zugänglichste Werkzeug zur Tonaufnahme ein Headset, das ihr vielleicht schon für Online-Meetings und Videotelefonate habt. Headsets sind dann geeignet, wenn ihr nur Ton zu einem Video aufnehmen müsst. Das kann beispielsweise zur Vertonung von Animationen oder Screencasts der Fall sein. Eine bessere Option wäre ein Mikrofon. Es gibt mittlerweile schon einige leistbare Mikrofonmodelle, die ihr euch für die Aufzeichnung von Videos oder auch für die Aufnahme von Podcasts zulegen könnt. Beliebt sind zum Beispiel Tischmikrofone, die ihr mittels USB-Anschluss direkt an euren Computer anschließen könnt. Diese könnt ihr gut für Vorträge vor der Kamera oder Interviews verwenden. Es gibt aber auch kleine Ansteckmikrofone, die ihr an eurer Kleidung befestigt. Diese können je nach Aufnahmesituation besser geeignet sein als Tischmikrofone. Bevor ihr euren gesamten Text einspricht, solltet ihr vorab immer die Qualität der Tonaufnahme kontrollieren. Dazu könnt ihr entweder eine kurze Probeaufnahme machen und sie euch selbst anhören oder ihr habt noch eine weitere Person beim Dreh dabei, die mit Kopfhörern während der Aufnahme kontrolliert, dass der Ton gut hörbar und sauber aufgenommen wird. Für die Aufnahme des Videos selbst gibt es die unterschiedlichsten Geräte. Ihr könnt auch schon mit den meisten Smartphones relativ gute Videoqualität aufnehmen. Der derzeitige Standard für Videoinhalte ist die Full-HD-Auflösung 1920x1080 Pixel, die auch die meisten aktuellen Smartphones schaffen. In Bezug auf die Aufnahmequalität solltet ihr euch im Vorhinein überlegen, auf welcher Plattform ihr euer Video später hochladen wollt und ob es dafür vorgegebene Qualitätsstandards gibt, die das Video erfüllen muss. Die Qualitätsstandards für die iMux-Plattform stellen wir euch unter dem Video zur Verfügung. Wenn ihr mit Smartphones dreht, gilt es außerdem zu beachten, dass ihr die Videos zur Bearbeitung unkomprimiert auf euren Computer übertragt. Beim Versenden über Messaging-Plattformen werden Videos und Bilder nämlich komprimiert und verlieren an Auflösung. Das solltet ihr für die Weitergabe eurer Videodaten also vermeiden. Ihr könnt für die Aufnahmen natürlich auch eine Kamera benutzen. Es gibt heute so viele Optionen, von kleinen Camcordern über Fotoapparate mit Videoaufnahmefunktion bis hin zu professionellen Videokameras, sodass wir hier nicht alle Modelle im Detail erklären können. Seht euch am besten an, was ihr zur Verfügung habt und informiert euch dann gezielt zu dem jeweiligen Gerät. Egal welches Gerät ihr verwendet, ihr solltet es auf jeden Fall gut stabilisieren. Dafür verwendet ihr am besten ein Stativ. Dieses muss unbedingt auf das Gewicht eurer Kamera ausgelegt sein. Entscheidet euch immer für die stabilste Variante, die ihr bekommen könnt. Wenn ihr Videos dreht, für die die Kamera waagerecht über einer Fläche positioniert werden soll, müsst ihr darauf achten, dass euer Stativ für solche Einstellungen geeignet ist und die Kamera besonders stabil und zuverlässig hält. Ein letzter wichtiger Faktor für die gelungene Videoaufnahme ist das Licht. Die Qualität der Lichtsetzung ist im Grunde genommen wichtiger als die Qualität eures Videoaufnahmegerätes. Mit einer schönen Ausleuchtung können auch Handyvideos sehr professionell aussehen. Das Ziel eurer Lichtsetzung sollte sein, dass die Person vor der Kamera gut erkennbar ist und sich vom Hintergrund abhebt. Es ist immer schön, wenn die Person einen Lichtpunkt in den Augen hat. Das Gesicht wirkt dadurch gleich viel lebendiger. Beachtet bei der Lichtsetzung, dass im Gesicht keine ungünstigen Schattenwürfe entstehen, vermeidet auch, dass Stellen im Bild überbelichtet sind. Das heißt, dass sie zu hell beleuchtet werden und die Kamera dadurch keine Bildinformationen mehr an der jeweiligen Stelle aufnehmen kann. Viele Kameras haben eine Einstellung, die euch anzeigt, ob Bildbereiche zu hell beleuchtet sind. Optimal ist, wenn ihr die Beleuchtung für eure Videos mit kontrollierbaren Lichtquellen wie beispielsweise Videoleuchten umsetzt. Diese Punkte sind also wichtig für die Aufnahme von Realvideos. Die Produktion von Animationsvideos unterscheidet sich in einigen Bereichen. Für das Erstellen einer Animation braucht ihr Material in Form von gezeichneten Inhalten. Dafür sollte der erste Schritt die Auswahl eines passenden Animationsstiles sein. Ihr könnt euch dazu ansehen, welche Stile es gibt und welcher zu eurem Thema oder zu eurer Zielgruppe passt. Schon beim Schreiben des Drehbuchs solltet ihr besonders darauf achten, dass das Video nicht zu lang wird. Animation ist nämlich in jedem Stil recht zeitaufwendig. Lass daher überflüssige Inhalte weg. Außerdem sollte aus dem Drehbuch genau hervorgehen, welche Inhalte wie animiert werden sollen. Dazu empfehlen wir die Ausarbeitung eines Storyboards. Darin zeichnet ihr für jede Szene ein Bild davon, was im Video zu sehen sein wird. So kann man schnell erkennen, wenn zum Beispiel eine Szene überflüssig ist oder noch eine zusätzliche Szene oder Kameraeinstellung gebraucht wird. Im Storyboard notiert man, ähnlich wie im Drehbuch, welcher Text zu welcher Szene gesprochen wird. Für Animationen ist es besonders wichtig, vorab abzustimmen, wie der animierte Inhalt mit dem Text zusammenspielen soll. Zu guter Letzt müsst ihr für die Animation noch die Tonaufnahmen erstellen, mit denen die Inhalte besprochen werden sollen. Haltet euch dafür an die Tonaufnahmetipps von vorhin. Wenn alle eure Inhalte, ob Real oder Animation, erstellt wurden, müsst ihr euer Video noch schneiden und nachbearbeiten. In der Nachbearbeitung führt man Videoinhalte mit Tonaufnahmen zusammen, kürzt und kombiniert einzelne Clips, fügt gegebenenfalls Grafiken und Bilder ein und unterlegt die Videos eventuell noch mit Musik. Man kann auch Farben und Kontraste des Bildmaterials noch etwas korrigieren. Dafür gibt es wieder zahlreiche Schnittprogramme, die ihr verwenden könnt. Hier raten wir euch wieder dazu, euch anzusehen, womit ihr arbeiten könnt und euch dann gezielt zu eurem jeweiligen Programm zu informieren. Wichtig zu beachten ist, dass euer Computer die technischen Voraussetzungen erfüllt, um das jeweilige Schnittprogramm auszuführen. Dazu gibt es meist Angaben auf den Websites der Schnittprogramme. Diese solltet ihr durchlesen und mit den technischen Daten eures Geräts vergleichen. Wir empfehlen euch, für die Nachbearbeitung von Anfang an eine gute Ordnung für eure Inhalte einzuführen und euch bei der gesamten Projektarbeit daran zu halten. Überlegt euch eine übersichtliche Ordnerstruktur, in der ihr Videoaufnahmen von einzelnen Szenen, Tonaufnahmen, Bilder und andere Ressourcen einordnet, die ihr für das fertige Video braucht. Auch beim Schneiden eures Videos solltet ihr euch angewöhnen, immer wieder euren Fortschritt zwischenzuspeichern. Nichts ist nämlich ärgerlicher, als wenn ihr ganze Aufnahmen oder bereits geschnittene Sequenzen verliert und ihr die Arbeit umsonst gemacht habt. Wenn ihr mit der Bearbeitung fertig seid und euer Video aus dem Schnittprogramm exportiert, müsst ihr euch wieder an die Qualitätsstandards der Plattformen, auf die ihr das Video hochladen wollt, halten. Fassen wir also zusammen. Am Anfang eurer Videoumsetzung steht die Vorbereitungsphase, in der ihr Drehbuch, Drehorte, Ausrüstung und Personen organisiert. Für Realvideos gibt es drei Hauptaspekte zu bedenken, Ton, Kamera und Licht. Für Animationsvideos sind der Stil, die Länge eures Videos und die Abstimmung von animierten und gesprochenen Inhalten besonders wichtig. Für die Nachbearbeitung gilt, Ordnung halten und Daten möglichst gleich nach der Erstellung sichern. Beim Export eurer Videos aus dem Schnittprogramm solltet ihr, wie schon bei der Kamerawahl, die Qualitätsvorschriften eurer Zielplattform beachten. Wie ihr also gesehen habt, ist das Thema Videos sehr umfangreich und es gibt einiges zu beachten. Mit unserem Input habt ihr hoffentlich einen guten Überblick bekommen und könnt jetzt mit der Produktion eurer eigenen Videos loslegen. Wir wünschen euch dabei viel Spaß! Begeろ Vorbereitungsphase